okay und versuch zu dir einfach zu kommen ich hab für dich in AK schaffst du das? warte kurz geh doch lieber S Zone oh mein Gott, das ist kettet oh mein Gott, das ist kettet maaaann ich kann ich hab für dich zu aim das war ja das war ja ja, man kann jetzt schreiben oh, ich hab hier Abonnenten ich bin so happy ich glaube jetzt kann man was hier unten im live-schritt schwarz ich gemacht ja was ab allem nein das ist noch ein da ist ein abonnenten und du kommst schon heute online oder was sei ich red das auf youtube hast du noch den live stream man ja ich habe mit wieder gestartet weil es aber es leckt ein bisschen ja bei mir so viel zögerung eigentlich hätten wir jede runde gewonnen aber ich weiß so lächst du einfach nicht so defensiv so wo sollen wir holen ok jetzt nicht so defensiv die da machen wir landen wir jetzt gemeinsam ja wenn da auch ein gegner landet außer wenn der drei zuschauer egal meine erste waffe ist einfach ein doofes jacke werf keine andere waffe ich habe nur ein doofes jacke werfen das ist etwas schon wieder so ein doofes jacke werf in diesem haus wir sind glaube ich keine mehr kann ich taktische ein bisschen moni braucht ich glaube ja wir sind hier drüben ja ja der ist schlimme wer er ist one shot ich habe ihn falsch gedrückt aber mindestens kein schild mehr da hast du hast du hast du hast du okay komm zu mir ist egal bauch kaputt war einfach kaputt war einfach zu mir ich bin so schlechte er hat mich einfach noch gefinisht ich wird von der seite abgeballert warte ich guck mal wie viele zuschauer du hast zwei stück warte ich like dich und abonniere dich ich hab dir ein like gegeben nochmal ja ja danke Danke. Ich sag, dein Win machen, wir verkaufen gerne. Nö. Nö, du sollst meine Mama einfach fragen, ob sie einfach auch guckt und sich abonniert und so. Soll ich mal nachfragen? Ich muss nicht wenden. Aber wenn du willst, kannst du das machen. Kriegt man dann das von Geld, dann? Ich glaube, man kriegt dann auch Geld, wenn man alles oder Videos macht. Ja, aber jetzt nicht. Lass einfach mal landen. Lass einfach... Hier. Hier ist so ein Board und den muss man gehen. Da kann man ein Rocket Launcher und ein Golden Ark. Du kannst die Ark. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob man Locken findet. Nee. Okay. Dann können wir auch direkt hier hingehen, um ein Flugzeug zu holen. Landen hier welche? Nein. Ja. Okay. Oh mein Gott. Mit meinem Freund. Ganz hoch. Nein. Okay, dieser Bott ist hier unten. Ich versuch den zu killen, aber der wird nicht so auffassen, der wird sehr viel Leben. Alter, der hat aimt. Ja, sauber. Ich habe aber ein bisschen leckere Land. Wenn man setzt. Ja, man braucht Müll. Braucht man doch viel. Ist noch eine Kiste. Ich bin für eine Kiste. Ich bin für eine Kiste. Digga, das läuft bei uns einfach. Liegt es am Internet, oder? Was liegt es? Was? Orange! Kann ich welche Worte? Wie hat er eine Akami gebraucht? Ne, ich habe schon Blaustin oder da. Ich bin aber nicht da. So. Die liegen an von Dignis und Minis. Hier gönnen wir zwei Minis. Gönn du die zwei. Nein. Ich kann nicht. Ah ja, du gönst den Biki. Der geht da. Da ist noch eine. Kann du dir noch das andere Mal. Dein Bogen aufzuarbeiten ist noch einer. Was? Ah ja, da. Wie heißt du Raub? Was? Ich meine, euch beiden. Wie heißt du? Ich? Ja, ihr beiden. Also, ich heiße Dennis. Du? Ich heiße Joshua. Achso, ok. Ich will doch noch viel. Jungs. Äh, Valorant spülen. Äh, Valorant spülen. Was? Und schon gleich. Also, Prio. Ja, da vorne sind wir da. Die haben sich geheilt. Wir müssen. Ich weiß nicht, wo ich bin. Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Ich waffe die Atale. Nein. Eine an 25er. Die Waffe ist so schick. Es neigt mich. Es neigt mich. Deiner Chilbrack hab ich gehört. Mann, ich geh dich zu diesem. Welche Bots, Digga? Das tue ich so viel herum. Ja, bei mir ist jemand. Er ist One-Shot. Er hat keinen Chil mehr. Äh. Ja. Er hat keinen Chil mehr. Der hat keinen Chil mehr. Der hat keinen Chil mehr. Der da drüben. Du hast meinen Mockel mit ihm für mich. Ja. Und mein blaues Sturmgewehr. Oder hier nicht einfach erstmal. Dann kann ich mir den nur selber holen. Dann kannst du das. Du hast keinen Chil mehr halbuitat. Oh, kein Chil mehr. Nehmt mir seine Chilbrack. Ach, dass der Chilbrack bislang ist. Nehmt mir seine Chilbrack. Vielleicht kann ich ihn. Und wenn ihr den nur in den Chilbrack bleiben. Und die Chilbrack sind. Und ich hab ihn selber. Ja, wir haben ihn in den Chilbrack. Oh mein Gott, mein Gott Ja genau Oh mein Gott, von dem muss ich gelesen Oh mein Gott Ja genau Ich krieg von dem noch gelesen Nein Lass sie mich ă at Foa S cănă Să nu Să nu Să nu Să nu Ah ja. Ich habe einen Tanz freigeschaltet. Nein, nicht auffüllen. Nicht auffüllen. Auffüllen, auffüllen. Doch, Mann. Okay. Du blankst nicht eins gegen eins zu machen. Ja, okay, wenn du willst. Wann kriege ich die nächsten V-Box? Halt mal unten in den Chat, das soll ich Valorant spielen. Was? Was? Also, ich sauberne... ...eine Waffe. Orangensaft. Orangensaft. Geh mir Build Fight oder willst du Box Fight? Ja, geh mal Box Fight. Ich bin so Box Fight mäßig. Ich hab vorhin ein Map gespielt mit... ...hundert. Ich hab, ich hab auch ein Map gespielt. Was? Was? Mach mal kurz. Ich muss einstellungen ändern. So, der Box BVP. Ja, wir sind Box BVP. Ja, wir sind Box BVP. Genau. Ich weiß nicht, ich mach es für euch. Oder doch nicht. Ich wollte ihn spitzacken, aber ich bin einfach Minis. Ich wollte ihn als erstes spitzacken. Aber dann hattest du irgendwie ein bisschen mehr Leben. Wer ist das, Digga? Der andere. Der ist so laggy. Ich hab so eine Verzögerung. Ich weiß nicht warum. 200er. Warte, ich geh mal kurz zum Livescreen. Ich guck mal. Warte, jemand hat geschrieben? Sollen wir gleich mal Skin Contest machen? So? Ähm. Ja. Dennis, sollen wir gleich mal Skin Contest machen? Lass gleich mal Skin Contest machen. Ja, ich hab... Ich guck hier. Dankeschön. Dankeschön. Braum schon. Warte, wenn... Ich hab... Toll. Ich hab gleichs… Die haben wir gleich Skin Contest machen. Gut ist Tag. Abonnier mich auf Youtube. Wie heißt du? Äh, schreib einfach auf Youtube Face Kylo Live Stream. Mein Name und Live-Former einfach dazu. lecker geschmackig es ist so leck, es ist so in die es leckt hart ich würde es mich eigentlich kennen können, aber ich wollte es ja nicht was ist das hat dich irre Ja, ich schieße dich. Digger, wie mein Livestream lag. Dennis, können wir gleich mal ein Scale Contest machen? Ein bisschen zu wenig. 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 Warte, ich muss kurz was machen. Ein bisschen zu wenig. 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 Oh, was? Wer lebt denn noch? Ich bin jetzt zurück zum Zentrum gegangen. Ach so. Lass nach den 15 Runden so einen Contest machen. Aber ihr müsst geschalten. Was? Sind wir nicht zu wenige? Nein, wir machen einfach so. Hat uns. Ich glaube, das wird aufeinander gefasst, Alter. Ich glaube, es bleibt auch nicht. Ich werde so was nehmen wollen, ne? Nein, 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 nein. Ich bleib weiter so irgendeiner. Hu! Hu! Da seid ihr. Du hast doch die Gäge mit Lappert 17 was fiktioner Städte Hälfte ja nicht so hochschweben können aber nein die kommt direkt mit Baumgang man schwebt ja ich bin so für ich versuche nur mit dieser shotgun zu spielen ich habe auch ein paar wird ja ich auch ich habe meine lieblingsbanken Jungfrau in der Hand schreit was ist das da auch oh oh Gott helder Pass auf er ist einfach der Batch schon wieder auf der Baris das vermerkt man so also fahr also fahr also fahr also fahr die Pump ist einfach so heftig wie macht man diese Pump sagt ich nicht dumm stand es nur nein ich will eine andere Pfanne ich bin wieder da ich bin wieder da super ich hab's nicht so für ein insgesamt Mensch so eine hässliche Pfanne ich weiß warum die ich mache es einfach für's Video ist es einfach so das Video Digga, soll ich jetzt noch auf meinem Tablet dich abonnieren? Nein. Mach ich aber gleich. Alles klar. Ich hab immer noch eine gute Waffe. Alles gut! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, er nimmt... Hört nicht? Hab ich getroffen? Jetzt nicht getroffen. Jetzt nicht. Oh, er hätte dir... Ich bin grad voll leer. Oh, wie viel überlebst du? Er hat 48 AP, glaube ich. Digga, ich bin so schlecht, Mann. Ich bin so schlecht, ich weiß nicht. Er hat 48 AP. Ich war, ich hab die Aufladbare. Was geht? Ach so. Weiß nicht. Amen. Ja, gehen wir. Box, Box. Wir wollen noch... Ja, was ist das? Amen, denn bitte los. Wir wollen es gehen konnte. Ja, okay, was ist das? Nein, 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 nein. Geht zum Zentrum. Lass uns diese Einfluss einstellen. Nachdem, nachdem, wenn wir ein bisschen würden, machen wir ein paar Kinder und gemacht. Ja. Kann ich, bitte, weil ich hab nur diesen Skin und diese Spitzacke und einen anderen Skin nur. Was? Ich hab nur diese Spitzacke und diesen Skin reingegangen. Ich hab auch nur den Skin. Nein, gar nicht, Digga, gar nicht. Ich hab auch nicht, äh, äh, zwei Accounts noch. Na, ich spiel, ich spiel, ich spiel, welche sie denn spielst du? Digga, dann, ich mach einfach mal einen anderen Skin. Ich mach einfach mal einen anderen Skin. Ich hab einfach mal einen anderen Skin. Boah. Ist mein Lieblingswass hier. Meine aber nicht. Oh mein Gott. Existiert irgendwo hier die Schale gedämpfte. Oh. Hab schon gedacht. Ja, ich hab meine Waffe gefunden. Ich hab meine Waffe gefunden. Welche? Oh ich hab die. Wenn ich euch die zeige, dann rass ich die aus. Die Charge. Sorry, Alter. Ja, ich krieg die noch. Ich hasse die Waffe insgesamt! Okay, ich tu die weg. Ja, Bauer. Oh, der Bauer. Das ist so weit an. Wie ist so, da schluckt fünf Hütze da. Er trufft mich nicht. Wir machen, wer als erstes 20 Kills hat, ja? Ja, aber... Ja? Ja, okay. Und der, wer als erstes 20 Kills hat, der darf entscheiden, wer weiter oder nicht weiter kommt. Wollen wir das dann im Kampflabor machen? Lass dann das einfach im Kampflabor machen. Oh, egal. Ja. 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 Ja, ja. 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 es ist die gibt es im spiel der da was soll ich machen es ist . 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 schaffen können die stecke ich helfe so war Okay. Ein bisschen. Gut gemacht. Komm her! Komm her! Warte, ich hol mir nur einen SK. Spiels, warte! Komm! Ich war ja... Fühl mich! Was? Wieso? Okay, ich hol nur noch... ...fucking Füttels. ...fucking Füttels. Das schaffe ich noch. Füttels! Okay, du kannst mich killen! Nein! Nein! Aber niemand kann es nicht mehr. Digga! Digga! Was fängt die alle auf mich, Mann? Wie ungefähr! Wieso alle auf dich? Die kommt alle auf mich, Mann! Kühl mich! Kühl mich! Er soll werden! Fiat, Digga! Der ist los! Ich werde nicht krank. Kühl es machen! Ehh, was? Der ist los! Der ist los! Er solltet ihr da! Ich habe drei kills! Drei kills musst du machen! Drei kills! Ich habe drei kills! Ich habe drei kills! Drei kills! Er muss 9, er muss 3. Ich hab ihn 1-Shop geschossen, entschuldige? Nein, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann werden wir nie so einputzen. Ich muss da einigen bleiben. Ich vertrehe nicht. Ja, einer geht auf mich, der andere geht auf mich. Ja. Ey, du hast schon ein Skilt. Ja, dann brauch ich halt 3 Kills mehr. Ich hab ihn 3-Malige Kills vor Krieg, dann brauch ich 3 Kills mehr für das. Und den 1. Wer ist denn der andere? Boah, ich hab so auf dem Punkt ins Gesicht. Ich brauch nur noch 2 Kills. Ich muss 2 2 Kills machen. Ja. Du hast nicht schossen, ne, bis wir boh. Ah, du, sorry, sogar. Also, wenn ich das wirklich jetzt nicht schaffe, dann... Ich hab's ja auch nicht schockiert. In der Sekunde, wo er weiterfacht, haben wir noch gebrochen. Ich hab ihn wieder. Yo, ich lag so hoch genommen. Na... Alles! 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 Ist Armin beigetreten? Ja! Er hat 23 Kills, 24 Kills sogar. Okay, er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Können wir jetzt den Contest machen? Er hat gewonnen. Er hat gewonnen. Ja, dann machen wir bis 30. Wir sind doch wenig, ich hoffe. Egal, ich bin wenig. Die schießt bei mir öfter nicht. Vor allem, die sind in der Lobby drinnen, wo wir sind. Ja, du bist in der Lobby drinnen, wo wir sind. Ja, du bist in der Lobby drinnen, wo wir sind. Ja, ich zeig ja nur. Wusstest du, dass du überhaupt ahnen, dass wir in der Lobby sind? Bist du einfach beigetreten? Oder wusstest du das? Wusstest du das? Wusstest du das? Das war dein, gell? Alter, schau mal. Kann ich meinen Bauch nehmen? Hörst du, Hörst du, Hörst du! Schau mal, Alter. Schau mal, Hörst du! Schau mal, Armin, geh dir waffen. Ja! Armin, nur Fache. Ich habe mich mal waffen, Alter! Schau mal. F***! Stop! Ich werde von hinschen immer mit der Tat hoch genommen. ein wenig war so laut johannes holt auf ja ich würde ich glaube die zocker gewinnen wer ich hab nicht mal waffen manche was ist ich hab so loggy äh 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 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 Er braucht nur noch einen Bovenkill Er braucht nur einen Bovenkill Der hat was zu scharf ist er los Ich glaub das ist ein Freund von mir Hallo Ja Hallo Ja, machen wir gleich, wenn der eine noch einen dummen Kill gemacht hat. Oha, es ist ja eine Fall zwischen mir. Was ist denn denn das Thema? Nein, wir machen einfach Stoß. Digga, was geht dir also? Kills mal alle, Mann, Alter, was geht denn auch nicht, Mann, Alter? Ja, ich war im Fight. Digga, ich hätt was geschafft, man würde dir nicht all auf dem Spray, Alter. Was ist denn? Da haben wir auch schon gewonnen, Heid. Warte, nicht mehr schießen, nicht mehr schießen, nicht mehr schießen. Er ist gewonnen, er ist gewonnen. Alter, du ne, du nimmst, du hast gewonnen. Was bekommt man, wenn man gewonnen? Also, dann darf er entscheiden, wer weiter ist oder nicht. Ey. Ja. Reicht. Ich klapp's doch mit der Siegel, Armin. Komm. Komm unter. Ey, ich will erstmal meine Waffen sortieren, Alter. Ihr lässt gar nichts machen. Ach so, du willst meine Waffen suchen. Ich hab nicht mal Waffen. Sagst du dann, du musst deine Waffen sortieren? Oh, nicht mal Waffen aus? Ja, ich hab, ich hab nur eine Packung. Ja. Wie muss die dann sortieren? Ähm, noch was? Okay, mach mir jetzt den Skin Contest. Ja. Oha. Wer ist das? Okay, kommt alle zurück zur Lobby. Okay, kommt alle zurück zur Lobby. Wir machen einen Skin Contest. Der Anführer ist da. Ja, ich hab nicht mal einen. Welches Thema? Keine Ahnung. Ich hab nicht mal Skins, Alter. Ami. 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 und Mama aus weil sie sich in der Europäischen achten die Regen und Sektor 8 1 wir machen ich habe es um ein Kälte gegeben gibt es auch auf YouTube ein erledigt erlaubt mit nach woher die Gäste die neue Kinder er hat eine der ganze Zeit diese lauten Musik er ist ich habe mich an der Kammerer alt waren es waren nicht mehr sich als 07 ich habe gewinnen ich mache ich habe auf YouTube auch zeigen macht Kampflabor an den Skopman Führer Kampflabor was machen wir da Tim Skin Contest Kampflabor wo denn sonst das war schon mal jetzt den Kampflabor Kampflabor dort und nämlich Prozent ein Ziel ist die natürlich Mato Nuss-Kind-Safe ich nehme als Kind kommt die Schleifung Prozent so ein bisschen die Schmarrer seit noch so weit ich möchte die Bauern zu kommen worden Prozent der Bumper Mönchengladen Seiten der Urweiten ich weiß es gibt bei den Laufenten Prozent hat sie nun jetzt sind ja Fünfzehn. Soll ich hier randoms? Wollte ich nicht. Okay. Ich will hier skin-loat. Sag ab. Ich bin als Kampflabor. Ja, macht alle bereit. Hat ich mal skin-loat? Armin, dein Freund hinten ist aber auch... ...ist aber auch... ... ... ... Da hat noch nicht bereit gemacht. Ja, ich, aber ich muss nicht raus. Amen. Kann man? Sollen wir mal landen? Wer bewertet ein Bild? Lass es euch, nicht solch die Lande, solch die Tauren. Sie können beschärkt. Er wird drinnen. Ich bin noch beendet, der sagt, der weiter oder so ist, ist. Und die Szene. es ist nicht so alle ja schon Bauern in Kombi noch keine Ahnung wir landen Pleasant Park ich kann die Mädchen sich einfach als ich bewährte ja ja du hast ja auch gerade gewonnen wer hat denn gerade gewonnen ich habe geschaffen der Orangenen Saft Ich darf werten. Technik an der Seite. Hä, also wer kundig zack hat auch an den Sock. Wir werden hin, wir werden. Das ist ein Päbis. Oh, wir sind ziemlich gut. Oh, Lama. Was? Ich hab' gewonnen. Ja, ich hab' gewonnen. Ich hab' gewonnen. Ich hab' gewonnen. Bei was? Kreativ? Da hab' ich gewonnen. Welch Team bist du? Ich? Ja. Keine Ahnung. Wir treffen uns auf dem Fußballfeld. Jo, muss das mal hinkommen? Jo. Wollen wir nach einer vielleicht kam? Ich hab' gewonnen. Oh, das ist ein Acker oder so. Nein. Ja. Oder? Das ist ein Acker. Keine Ahnung. Das Problem ist wer bewertet jetzt. Das Problem ist wer bewertet jetzt. Also Orangen Satz bewertet. Warte, du hast ja noch mal. Ja, welcher Skin? Warte, 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 warte. Ich muss kurz mal auf. Ja, welcher Skin? Was wollen wir bauen? Ich hab' sehr viel Mess. Also, ich hab' 100. Ich hab' genug Mess. Also, ich hab' 3000. Na, 2000 Mess. Hier, hier, nehm. Na. Doch, 2000 Mess. Die, die da, die sollen sich anstellen, da. Elite Agenten, komm mal her. Du brauchst doch Waffen, ne? Ich hab' nichts zu reden. Okay, komm, stellt euch auf. Soll ich den Mund geben? Ja. Adi, Watsch, ich geb' den Mund. Komm, Adi. Wo sollen wir uns aufstellen? Ja, okay. Ich hab' kurz Mess für dich. Ich hab' genug Mess. Soll ich mich geben? Warte, ich komm mal Ey, Yari, vergiss, du musst du So nice hast du Ey, einer hat mich gekillt Einer, einer hat mich gekillt Ja Ja, ich muss mal erst mal zu euch hinfliegen Ich nutze auch, dass viele sind da gejoint, man Das Ding ist, ich liege immer noch, ne Schau auf, weil irgendeiner mich gescheit hat Ist schon scheiße Wo bist du? Äh, warte, warte Der gerade fliegen muss Ja, ich komm mal Ich schwöre, weil Oh, mein Gott, dieser der Smartstecker So, hier bin da, hallo, hallo, hallo Hallo, 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 hallo Bist du hier der Typ, der überkommt? Ich, nein, bin ich Nicht so ein Typ, der ist für euch Was, wirst du? Was, wirst du? Wo trifft ihr euch? Bauen wir hier durch Oh ja Oh ja Warte, ich komm gleich, hallo Mann, ich bin zu niedrig, Alter Hey, mach doch nicht Hey, mach doch nicht Hey, mach doch nicht Hey, deiner mit mich killen Hey, deiner mit mich killen Guck deinen Fuß Ah, mein, du irren Auge Was für ich Alter Scheiße, Scheiße, Scheiße Alter, ich hab nicht Alter, warum tötet ihr mich? Bin ich nicht Was ist das denn? Ich meine, bevor alle geschossen Was wir hier geschossen haben tatsächlich Mann, ich bin das nicht, Alter Ey, ich schwöre, was ist das für ein Scheiß Es geht nur um das Keine Ahnung, Alter, warum killt ihr mich? Ich schwöre bei Gott Warum killt ihr mich, Alter? Weiß ich auch nicht, genau Alter Alter Was killt ihr mich, Alter? Was killt ihr mich, Alter? Das auch, zu killen, Alter Ja, warum killt ihr mich? Ja, warum killt ihr mich? Ja, ich hab ihn gekillt, der uns alle ganze Zeit killt Ja, hier ist uns Spaß Ich weiß... Uff, Dicker Dieser einen, den ich hier gekillt hab Der hat uns ganz Zeit gekillt Werde ich als Kind? Du nimmst super, man Ey, diesen einen, den du weitergelassen hast Super näher los Der ist nur der Dieser pinker Skin Du gehst schon mir auf die Eier, Alter Mit deinem kill, Alter Was? Ich wurde gekillt Das ist die Musik Warum? Svenke, oder wie du ja heißt, du siehst Wie mit der Blauze, warum platzierst du? Siehst du, ich bin es nicht Ich bin es nicht, Alter Los, platziert Steht euch jetzt alle hier hin Ich hab's gesehen, dass du... Ich hab's gesehen, dass du... Ich hab's gesehen, dass du... Komm mal her Ich hab's gesehen, dass du's platziert hast Ach, weißt du das hier? Ich hab's gesehen, äh... Ja, die sind Bot Hier Naja, sorry Ist das hier? Wer schießt da? Wo bist du, Ades? Wo bist du, Ades? Steht euch jetzt einfach da hin, Alter Ja Ja, wo? Oben auf der Tat Ja, da, wo... Ich fu... Also, ich wurde weitergelassen Ja, ich auch Aber den... Also, hier? Ja, hier, ich war noch Ähm, du, hier Hier, du Bleib mal stehen Bleib mal stehen Bleib mal stehen Bleib mal stehen Der... Ähm... Den... Zweiten, den du... Der Zweite, den du... Durchgelassen hast Kill ihn Kill ihn Kill ihn doch Da hab ich einen kill Ich hab so einen geilen Skin, Alter, guck Ey, ihre Ehren, doch Können wir jetzt weiter machen, bitte Ey, Alter Ey, Alter Ey, Alter Ey, Alter Du bist da 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 Ich bin 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 da Können wir nicht einfach diesen Gang Contest machen Ey, warum machst du das, Mann? Ich bin da Zu ähnlich, Alter Na, mach mal keinen skin Contest, egal Ich bin da 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 Mach mal Ich bin da ja sehr leid auf dem weg der mann als verlaufen darf man ja ich habe ich euch denn jetzt was du sagst meckert zu lesen tier am superboy du spaß ich bin gar nicht ein superboy ja trotzdem dieses abnäck ist nett auch halt dann dauernd ich bin nicht gleich wie zweijähriger wo seid ihr wer jetzt nicht vernünftig macht der weg ich bin der erste der gekriegt wird weil ich wie immer beschuldigt alle sagt die ganze idee das ist schon wir dann verlässt und uns das bleibt man soll ich sagen da war einer dahinten und den habe ich weggesniped der uns ganze zeit gekillt hat was geht mach mal Platz es geht mal muss ich was cooles sehen hör auf man du kleiner er werft den Kuchen doch dann darf der mitmachen ich würde er macht die ganze Zeit immer was kaputt machen was geht lang ja ich warne dich denk dich mal daran ich war doch gerade weiter du lässt einfach jeden weiter ja guck alter mein gucci cap digga mein gucci schal backbling ist weiß gucci schal digga gucci 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 ich bin fresher den ju digga ok ich hab mal nix zum tanzen ich hab was wir machen jetzt warte kommt alle her kommt auf der fläche nachdem beschwert ein im ab belga das ist nicht so wichtig red ordentlich mein Verständnis red ordentlich ja red ordentlich Gott sei dank Alhamdulillah hier ich hab ich hab da hier hallo der eine der uns grad die ganze Zeit killt den müssen wir kicken ich hab ich hab ich hab ihn eh ich hab ihn eh gekillt der ist so ein blauer skin okay jetzt machen wir Tänze wo seid ihr? mein bester Tanz werden wir sich verstecken ey! machen wir das auch mit Zähnen erklären uns das Zähnen machen deine Geschichte ey! wo seid ihr? warte 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 ich muss was machen du scheiße wie behindert ihr das? Philipp? nein das machen wir erst gleich Philipp hallo? ich bin grad im Skinkontest ich bin grad im Skinkontest so 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 guck und dann so editieren so damit man ihn sehen kann Philipp ich bin ich bin in einem Skinkontest ja? also warte sagt eben wo ihr seid ich komm eben ich stream's vielleicht im Park okay wir machen bei der Tüße kommen wir nicht einfach jetzt an zu? so 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 Philipp, ich hab' diese eine Skifahrerin, ich brauche Rote Rütter von Webbling und Sendung. Ich denke, irgendjemand schießt auf mein Auto. Versteck dich darin! Versteck dich darin! Irgendjemand ist beim Autokino gewesen, der mich abschießt. Da ist Joshua! Wo seid ihr? Also im Pleasant Park 2? Ey! Wo? Ich seh' den Springsteater! Ich bin das nicht! Ich bin das nicht, der hier ist! Ich bin das nicht! Komm, Alter, nehmen wir das auf. Ja, richtig krass! Oh, klingt doch nicht! Ich bin der mit dem Kürbiskopf! Ich stream-snipe aber gar nicht! Philipp! Ja? Ich lass' den Fach zurück zur Lobby verlassen! Du auch und dann lad' ich dich ein, ja? Ja, Philipp? Alle voll! Fynn! Ey, da ist... Ich führ' ihn nicht so mal! Ich kenn' den Typen nicht, da bist du! Mach's mir Arzt, Alter! Ey, das ist ein Stream-Sniper! ich weiß meine kanad sind in unserer gruppe die linie auf philip ok ich zeig dir meinen tanz geil mann woher warte ich treme gar nicht wie heißt du philip Geh? Ja. Ja, okay. Hey, hey, nein, nicht hin. Ah! Ah, eine Verastung! Hey, irgendjemand ist nicht in den Dauerdaten. Schlag ein! Wer mitfahren möchte, muss einsteigen. Wohin? Hier hin? Ey! Dein Schläger! Wohin? Wo sollen wir hin gehen? Okay, jetzt hier komme ich kürt. Ja, dann werden wir. Ach so, Armin, das ist dumm. Ne, das war ich nicht. nehm ach was ist denn also bock aufs ging und das oder keinen bock ich kann nur noch zehn minuten machen wir jetzt also ich mein story also da muss man so eine story abführen eine story story mit r was ich jetzt machen okay da ist ein bot okay was geht abend steckst du nicht mal hab keine angst ok es wird alles gut kannst du deutsch wenn du deutsch kannst dann mach irgendein emote ja ja kann deutsch es wird alles gut keine sorge brauchst dich nicht verstecken ist überhaupt nicht in der los einfach zu weihnachten einfach zu weihnachten schnee her ich war ich war und warte 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 noch war okay wer bewertet okay ich bin hier noch was mit dem ist haust du bock der leute ich ob mich alle studie erinnert mich auf youtube also abonniert auf youtube m also mein bruder spielt jetzt und er hat einen bock aufs ging kommt es also ich verlasse Philipp, abonnih mich auf Youtube. Amen! Amen! Okay, das war nur Spaß, das war nur Spaß, das war nur Spaß. Amen! Amen! Willst du alleine zocken, weil mein Bruder zockt alleine? Also, mein Bruder zockt keine Skinfutte, er zockt einfach zu Duos oder Solo. Zockst du? Das war nur Spaß, das war nur Spaß. Warte. Ruhig? Ja, okay, sehr gerne. Ja, ich komme zum Lobby. Leute, ich muss ausmachen. Okay. Ciao. Achso, das ist diese andere. Aber schau, wie viel. Hallo? Wieder wo? Jetzt kommt 76. Amen! Ja. Also, mein Bruder verlässt jetzt, okay? Also, wenn ihr mitzocken möcht, dann laden mich einfach an, okay? Okay. Okay, dann tschau. Ach so, was war das? Ach so, war Pund... Ja. Ja. Das ist einfach creative. Define oder? doch wenn wir schon da schaut mir bitte zu dir mach mich mal gruppmann führer oder lass snipers versuchst du bist bereit noch das sniper snipers versuchst du Musik einfach sniper snipers was ist dann das ist blöd er kommt ich kenne ich kenne so ein versteck wo man richtig gerne waffen kriegt was nützt mir das bin ich nicht so versteck spiel oder was da gibt es halt so welche leute die rennen und die dürfen sich nicht von den sniper typen erwischen lassen und ganz oben und gibt es also welche waffen die kann man kriegen und ich hab abonniert mich alle auf youtube ich hab's unten im chat geschrieben im ford auch abonniert mich bitte alle wäre ehrenvoll von euch mach bereit ich mache hier jetzt philipp nina philipp kannst du bitte bereit machen ja ich versuche schon bei mir kommt immer ein fehler kannst du nicht auf youtube abonnieren so jetzt geht es bei mir auf youtube ja also ich mache ich habe unten im chat mein name geschrieben macht bereit ich bin einfach ich kenne sie ein richtig geiles versteckt bei sniper wenn man es weiter ist ja ich habe auch noch nicht ich habe ==== ja ich habe dich ja ich habe mich ja ich habe mich keine Ahnung ja ich habe mich glaub nicht ich ja 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 muss man für ein paar kurben überwinden und die anderen müssen schneiden ja das habe ich dann schon gespielt ich kenne ich kann ich kenne den geschenk versteckt so richtig geil ich bin ich bitte wenigstens einfach ich bin ja ich bin ich bin ja diese map ist blöd mann ich so langweilig bin gestorben die anderen sind auch bot man ich wette dass du triffst du bist mir raufgranate ich warte bitte 3 ich war es einfach oh man auch knapp vom Ziel ich hab doch gesagt die Tricks ich bin tot Oha, ich bin nicht mehr Ich geh die Jetpack und kill die anderen Wir haben 200 Bläden übrigens Ich geh die Jetpack und äh, flieg zu denen rüber Ja, egal was ich da machen Ich geh die, die sind tausende Sniper Alter Ein paar Sniper hier Es ist ja fast möglich sie zu töten Ich hab das immer früher mit einem gespielt Also, wir waren zu zweit und wir haben das immer so mit Einer war Sniper und einer war Runner Jetzt nicht sehr viele Runner und vier Sniper Ich bin tot Ich bin tot Achtung, 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 Achtung! Ja. Ich will doch noch! Oh man! Das ist schon los, das ist Ja! Das ist schon los, das ist Ja! Ich dachte du musst voll ähm du nimmst Jetpack machen aber Schiff Wieser daunter gekommen Stimmt man nicht wenn man darunter kommt Leute Ich verlasse, ich spiele bisschen Valorant Mann! Ja, tschau. Leute, ich geh jetzt bin und ... 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 ich share pere mister es gibt im Shop war so wer Schlagstopper ah ja gibt es nichts ich bin meine Rundrohne ungewertet Match gefunden ich bin gehalten oh wer schaut mir jetzt zu ich bin nicht ich habe meine Rundrohne ich habe meine Rundrohne und meine Rundrohne ich habe meine Rundrohne Schnells mein Lippeer ist die Räse ich habe so geil ich habe meine Rundrohne damit auch ich eine Rundrohne schluss Ich weiß, dass ich auf der anderen Seite stehe, aber dieser Gedanke ist abstoßend. Empfindet sie dasselbe? Ich habe den Spike, ich gehe an der Seite. Komm mit mir an der Seite, warte. Da! Ich bin tot! Wie macht man eigentlich diesen Weg? Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ein Gegner übrig. Lade nach. Bruder wir platzieren Spike. Die Gegner gesichtet. Zeit platziert. Ich habe keine Lust. Easy. Ich habe die Runde gewonnen. Vorbildlich. Wieder mal. Ich schau dieselbe zu. Ich bin tot. 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 Gegner entdeckt Lade nach Du wirst dann sterben, wenn du gegnerst Ein Gegner übrig Ladung raus Makellos GG Das nenne ich Kunst Ladung raus Juhu Ich hab meine Eier nicht Bro So kann ich nicht Schade Egal ich hab meine Eier Ja Gegner gesichtet Gegner gesichtet Und das ist der Träger wurde erledigt Viele Gegner entdeckt Nein Ich bin oben Ich komm zu euch Und dann zeig ich mir Okay Armin Ladung raus Nein 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 Ja Baba Noch 30 Sekunden Baba Gegner gesichtet Wegplatziert 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 Oh mein Gott was für ehm Oh mein Gott was für ehm Digga was spammt der Typ die Siree Lauf Lauf Na Ja Bra Der hat gelaufen Denk dran Nicht ins Feuer gehen Total die komplizierte Taktik Vergesst es nicht Nein Ah Kaufmann ist gut Bus 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 шей Lauf Sy Ah Ah! Seid, 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 seid. Ladung raus! Ich hab's auch nicht gesehen. Gegner gesichtet. Debelang. Digga! Das ist so ne Scheiße, man. Gegner! Ein Gegner übrig. Nicht schlecht. Besichtig! Sage, wir sind ein perfektes Paar. Du gibst Leben, ich nehme es. Gehen перruft mich anonym. Hallo? Hallo? Was? mich bitte auf YouTube nehmen die sich um Klappe zu ich halte ja ja ich habe es auch angemacht kann schon ich will auch ein Schocker er schreibt er ist kreier 88 es geht ich war schon zu tun Probelo und Machenburg ich habe so eine geile Sente noch gefunden ich bin ja ich komme an der Komplett an ich spiele ein 2 für dich Prozent schreibt mir auf WhatsApp dann schicken wir den Link vor auf den YouTube-Kanal Nein Danke sehr Danke sehr Danke sehr Tja wie siehs ich bin nur ein Mensch verdammt das macht Laune weiter so los geht's weiter so und egal wie immer Alter was das ist was war das wenn ich komme ich würde gerade hops genommen bis zum Geld nicht mehr erledigt sicherlich Lade nach für dich Lade nach Geht doch auf! Oh, das zieht mich! Die Jagd beginnt! Ich will diese Schnee mal kippen, dann kippen ich euch! Was ist denn da? Gegner gesichtet! Letzt erlebender Spieler! Ja, was war da? Wie der Boss sowas macht! Stehle die Sicht! Digga, wieder! Oh! Nee! Ich werd wieder gekillt! Ja, mir kleine Blend-Granaten oder was das auch immer heißt! Schau! Schau! Oh, jetzt geile Tarnung! Wer springt jetzt runter? Ja! Interviewe schon! Ah, das war ein Bram! Interviewe! Interviewe! Atmet weiter! Ich will deren Leben, nicht eure! Schau! Ja! Dann legen wir mal los! Klappe zu! Affe tot! Klappe zu! Egal! Der kommt unterwegs! Der kommt unterwegs! Der kommt unterwegs! Spiegel! Komm schon! Du holst es! Was? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ein Gegner übrig. Ich stehle die Sicht. Ich lasse die Käse auf, äh, Kürbis. Noch 30 Sekunden. Ich habe den Spike. Komm schon. Ja, rot. Spike platziert. Ist noch am Streaming. Wer ist hier? Genau. Ich habe nichts für sie übrig. Verdammt, das war beeindruckend. Viva Mexico! Oh mein Gott, komm. Ja, was? Ja, was? Hallo, ich bin die Haare. Ich bin die Haare. Ich bin die Haare. Vorwärts! Sie werden sich fallen! Komm schon, lass! Wie war das kein Headshot? Digga, das ist einfach so unpräzise. Ja. Das ist der Leben der Spieler. Ja. Ja, wir haben sie! Der ist schon viel. Der ist schon viel. Der ist schon viel. Der ist schon viel. Oh. Gehen wir an die andere Seite. Warum? Keine Gefangenen. Nein. Es gibt die Gegner gesichtet. Jetzt erwirft dieses Split Ding. Oh, ich habe einen gekriegt. Oh. Ich habe einen gekriegt. Ich habe einen gekriegt. Ich habe einen gekriegt. Oh. Jetzt beginnt. Letzter Leben der Spieler. Nein. Das war so ein guter Clip. Nein. Ich bin ganz zappelig. Fangen wir an. Knapp. Knapp. Egal. Ich habe trotzdem zwei geholfen. Ja. Wir sind dran. Dann bitte. Ich wieder schieben. Brauche Beute. Sei. Danke sehr. Mir reicht schon eine. Nein. Ich lasse es. Ich lasse es. Mach sie platt. Klappe zu. Affe tot. Gegner entdeckt. Gegner entdeckt. Verschwembe. Gegner entdeckt. Erledigt. Den Spike Trigger hat's erwischt. Ah. Ein Gegner übrig. Gegner gesichert. Letzte Runde in dieser Hälfte. Start nicht. Unnötig. Gebt alles aus bevor es weg ist. Danke sehr. Ah nun. Wo ich den Spike mit. Ich bin überall. Andere. Schnell ist vorbei. Oops. Ich mache ihn jetzt wieder. ich steig hoch der leben der spieler seitenwechsel einer schreibt unten marschalladeger im chat schau tun es weg kann man den jet weg tun bin ich los ladung raus ja er holt natürlich alle komm komm langsam Ja, ich bin ich und du! Ich bin ich und du! Komm, ja, Mann! Komm, pusten! Stehle die Sicht! Und ich bin auch hungrig! Ah, ich war für ein bisschen! Ich schulde jetzt mal und kommt den Chat weg! Ja, jetzt würde er, glaube ich, weggehen von alleine. Oh Gott! Wer ist der beste Träufe von dem Team? Ich tue die Aluminium! Du auch, äh... Du auch kost ihn! Du auch kost ihn! Du auch kost ihn! Mann, du kannst! Mann, du! Hush, hush! Gegner entdeckt! Ja, genau! Ich bin ganz unten am Abend fangen, weil ich dein Team mit habe. Ja, bitte! Armin, ja bitte! Spite laut! Tief nur gerichtet... Nein, ich schlaufe! Wir werden das verlieren. Nein, wir werden es noch gewinnen. Ich knapp, dass wir sehr knapp sind. Oh mein Gott. Alles klar, wir gewinnen. Wir haben gewonnen, easy. Ich will schon! Meine Börde hände niemals. Gigi, ja. Gigi, ja. Was? Man kann nicht mehr hin? Ich schau grad nicht. Los doch! Auf geht's! Was? 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 Ja. Was? 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 Klappe zu, Affe tot! Ich muss noch eins anziehen. Fünf. Spike platziert. Juhu! Mario! Hallo? Hallo? Gegner gesichtet. Letztes Leben ist wieder. Und wie konnte er mich blenden? Mein Team hat mich geblendet. Oh, fuck Allah. Mein Team hat mich blenden. Soll ich auch noch nie mein Leben gesehen. Ich geb kurz den meinem Freund zu. Ich brauche das. Die werden... Die werden A kommen. Vorsichtig. Da. Vorsichtig. Ladung raus. Digga. Keine Ladung mehr. Wie peinlich. Der ist weg. Ich heile dich. Ach du Scheiße, Digga. Vorsichtig. Widersacher beseitigt. Widersacher beseitigt. Lade nach. Oh mein Gott, Digga. Der hat mich komplett erschreckt. Lade nach. Digga. Ich schweige es dir. Also der hat mich absolut gefetzt, Digga. Ich spüre die Anstrengung. Ignorier es, Omen. Ich spüre die Anstrengung. Ich spüre es dir. Ach, ich spüre es dir. Ich spüre es dir. Ja. Gegner gesichtelt. Gegner gesichtelt. Kein Entkommen! Lade nach. Ich bin... Warum bin ich jetzt auf einmal so schlecht, Alter? Hinter dir, hinter dir, Bruder. Hinter dir, hinter dir. Hinter dir, Digga. Ja, das war Embraer. Keine Ahnung, Digga. Vielleicht, weil ich mit, äh, auf dem Handy mit schaue, das kann auch sein, aber der andere. Klappe zu, Affe tot! Geht in Deckung! Ladung raus! Ja, was ist das? Nee, das war echt schlecht von mir, nee. Eliminiert. Chill, chill, Stefan, ich komme jetzt gleich raus. Die Runde, ich kann ja nicht Runde verlassen, schau. Warte. Bro, komm mal. Ich soll ernst machen, ich komme nach der Runde fort, nein. Die Runde läuft ja noch bis 13. Noch drei Punkte, also noch drei Unis. Stiften wir etwas Chaos. Ladung raus! Ausgelöscht! Lade nach! Ah! Gegner gesinnt! Für dich! Lade nach! Ich steig hoch! Drei für mich! Die müssen Baume platzieren, Digga. Ja, und ja, brr. Noch 30 Sekunden. Bro, die haben die Bombe, warum schließt du? Letzter Leben, das Spiel. Die können be- Ja, die gehen be- Die gehen platzieren. Gwenn- Gwenn- Spike platziert! Ja, B-Dinger. Brr. Brr. Ah, ja. Sollen sie versuchen, mich zu überwältigen. Äh, Josef, warum hast du mich eigentlich angerufen? Ja. Na, ich mach halt nicht. Verkrankte Arme, den ich hab. Lasset, ich hab die Grütter verlassen von Arme, weil er den Blauen steig ist. Verlass dich auf mich, Alter! Hä? Vergesichtet! Lass mich eins. Lass mich eins. Lass mich eins! Lass mich eins? Servus. Einen Gegner übrig. Na. Oh, fuck. Wir dürfen das nicht gewinnen, dann kommt Jungs. Uuuuh. Uuuuh. Leißt sie auseinander. Klappe zu, Affe tot. Gegner gesichtet. Wehe dich nicht. Gegner gesichtet. Gegner gesichtet. Ich heile dich. Die Jatt beginnt. Diese Waffe ist so... Komm, Ziel eine. Gegner entdeckt. Ein Gegner übrig. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. So schlecht ist die Gegner hier drin. Ein Gegner übrig. Uuuuh. Lass mal Pause, Leute. Let's go. Ja, Mann. Putz, Alter. Ah. Brauche Beute. Hab sie aufgenommen, bis zum Geld nichts mehr. Danke sehr. Kommt schon. Noch eine Runde, bis zum Gewinn. Auf geht's. Putz, putz, putz. Auf geht's. Nein, Mann. Die werden in A platzieren. A, B. auf geht's. Chill, Stefan. Es ist noch zwei Runden. Ich weiß, die Runden sind lang. Wo steht noch passiert? Aufgeben kann ich dann machen. Doch, muss. Einstellungen. Zurück zum Test, durfte es sich gut. Wenn er das jetzt verliert, verlasse ich. Nehme ihm die Sicht. Kein es kommen! Ja, ich verlos. Oh, das ist die Letztrunde. Ja, ich verlos einfach. Ich verlos. Jetzt lade mich direkt ein. So, ich komme jetzt fort. Ich schau, was hat mir hier geschickt. Ich schau, was hat mir hier geschickt. oha 9 sogar ein leichter lassen auch nicht ich komme jetzt fort mit ist das für ein araber digga hat mich jetzt eingeladen da bist du mein alter hallo du bist 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 du hallo kannst doch reden hallo 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 guck mal richtig geschnitten guck diese ganze guck mal diese ganze guck diese bei dieser 21 Sprache hallo 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 ich glaube das ist Arne ja Arne kannst doch reden und wie fühlt es dich wenn du heute die Wunde nicht verlassen bist natürlich geht gut diesen Arne in den Lobby Papa der hat mir auch eingeladen so 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 Bis zum nächsten Mal.